In Rotterdam und vor allem in diesem Gebiet um die Witte der Wittstraat herum gibt es viel Streetart. Das hier ist auch Streetart, aber noch nicht ganz fertig. Hier ist eine leere Position und deshalb ist diese Streetart interaktive Streetart. Jemand muss sich hier einstellen, damit all die Leute, die da oben sind, stabilisiert werden. Also interaktive Streetart in Rotterdam. Super, die ist superleuk.